Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video geht es um GoToWebinar und zwar, wie du dein erstes Webseminar anlegst. Ja, ich sage Webseminar ganz bewusst. Vielleicht hast du schon gehört, das Wort Webinar ist markengeschützt. Das kommt immer mal wieder auf. Im Moment ist wieder die Diskussion, inwieweit man das Ganze benutzen kann oder ob es inzwischen schon ja quasi landläufig genutzt werden kann und dementsprechend keinen Schutz mehr hat. Aber wir wollen hier keine Rechte verletzen und deshalb Webseminar. Wir nutzen einfach mal das ganze Wort. Ja, genau. Im letzten Video ging es darum, wie du dein Webseminar anlegst. Und in diesem Video möchte ich dir natürlich zeigen, wie du das Ganze umsetzt, wie das aussieht, wenn du quasi in deinem Online-Seminar bist, in deinem Online-Meeting kann man es nicht nennen. Es ist schon ein Online-Seminar, wie die Maske aussieht, was du für Möglichkeiten hast. Es ist ein bisschen anders als das, was du aus anderer Software kennst. Es sieht anders aus. Es ist anders aufgebaut. Und ich möchte dir einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Mein Name ist Gwendoline und du bist hier genau richtig, wenn du Tipps und Tools kennenlernen möchtest, ohne dich mit der Technik zu verzetteln. Und vielleicht noch kurz vorab, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch den Kanal da, da. Ich weiß aber nicht, wo was ist. Auf jeden Fall abonniere den Kanal, drück die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr und wirst noch benachrichtigt. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch, über deinen Like. Jetzt steigen wir aber ein. Wir gehen jetzt in GoToWebinar in die Maske direkt. Wir sind jetzt hier in der Software angekommen von GoToWebinar und es geht um dein erstes Web-Seminar. Hier habe ich das schon angelegt. Du siehst es hier in der Software. Du kannst nochmal in meinem vorherigen Video anschauen, wie man das alles anlegt. Das werde ich jetzt nicht mehr erklären, aber wir gucken uns jetzt an, wie man eigentlich sein Web-Seminar durchführt. Und wir gehen dafür jetzt auf Starten. Und dann sollte das Ganze hier auch losgehen. So, du musst den Opener öffnen und dann erscheint gleich dein Bedienpanel. Wir kommen zum Webinar. Sie haben sich als Organisator eingewählt und können nun mit allen anderen Organisatoren oder Diskussionsteilnehmern in der Leitung sprechen. Wenn Sie bereit sind, mit Ihrer Präsentation zu beginnen, klicken Sie im GoToWebinar Bedienpanel auf die Schaltfläche Übertragung starten, damit alle Teilnehmer Sie hören können. Das Programm wird Sie benachrichtigen, sobald die Sprachübertragung beginnt. Okay, du hast es jetzt schon gehört. So ist das immer, wirklich immer, wenn man ein GoToWebinar startet. Wir wollen jetzt nicht erinnert werden, weil ich bin hier stumm geschaltet, sonst gibt es eine Rückkopplung. Das lassen wir jetzt mal kurz so, wie es ist. Aber wie gesagt, es ist immer so, wenn du das Ganze startest, dein Web-Seminar startest, dann erscheint dein Bedienpanel und deine Teilnehmer, das siehst du hier, sind im Wartezustand. Heißt, du hast es zwar eröffnet, aber das Webinar, Web-Seminar ist noch nicht für deine Teilnehmer eröffnet. Die sind in diesem Wartezustand und du kannst jetzt hier alles einrichten, vorbereiten, was du zeigen möchtest, was in deinem Web-Seminar passieren soll, ohne dass deine Teilnehmer schon etwas davon sehen. Und hier in diesem Bedienpanel hast du die Möglichkeit, in diesem Bereich auch zu sehen, was deinen Teilnehmern denn angezeigt wird. Also es geht einfach nur um den Titel. Im Moment wird noch gar nichts übertragen. Genau. Und wir haben jetzt hier diese Maske auf. Das heißt, alles, was auf deinem Bildschirm ist, ist das, was du später überträgst. Du hast hier nicht, wie in der anderen Software, wie du es vielleicht gewöhnt bist, ja quasi ein kompaktes System, sondern du hast das Modular, du hast dein Bedienpanel, das macht eigentlich dein gesamtes Webinar aus. Und ja, damit kannst du quasi alles hier steuern und zeigen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich zeige dir mal, wie das Ganze aussieht, was die ganzen Funktionen hier können. Wenn wir in den Übertragungsmodus gehen, das tun wir jetzt einfach mal. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Da wirst du direkt vom System darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt losgegangen ist, dass jetzt die Sprachübertragung da ist. Das heißt, die Teilnehmer können dich jetzt hören, sind aber selber stumm geschaltet, hast du auch gerade gehört. Du siehst jetzt auch, die Aufzeichnung startet hier. Also die Aufzeichnung ist voreingestellt bei mir, dass sie immer defaultmäßig startet. Das heißt, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich das nachher nicht vergessen kann. Das ist allgemein so eingestellt. Ich rate dir, das auch so zu lassen. So, jetzt zeige ich dir einfach mal, was wir mit diesem Bedienpanel anfangen können. Und zwar, wenn wir hier auf Play gehen, zack, wird der Hauptbildschirm übertragen. Jetzt sehen die Teilnehmer das, was auf deinem Bildschirm ist. Nämlich, du siehst hier diese Seite. Ich habe zum Beispiel noch eine normale Google-Seite. Es verändert sich wieder in dem Bildschirm hier. Oder Heise Online, akzeptieren wir mal. Dann kannst du halt die Seite von Heise oder wem auch immer zeigen. Das geht jetzt gar nicht um Heise, aber ich wollte dir einfach nur mal zeigen, wie das aussieht. Genau, und hier nimmst du eben die Voreinstellungen, die du alle brauchst für dein Webseminar vor. Und das Ganze wird dann hier eben, wie gesagt, wenn es fertig ist, übertragen. Jetzt gehen wir gleich mal hier weiter auf diese verschiedenen Punkte ein. Du kannst hier mit der Bildschirmübertragung beenden. Ich glaube, das ist klar, dieser Stop-Button. Jetzt nehmen wir mal einmal Pause. Pause bedeutet, dass deine Teilnehmer jetzt einen Standbildschirm sehen. Heißt, du hast noch irgendwas vergessen. Du musst noch schnell irgendwas machen. Drück auf Pause. Es ist ein Standbildschirm. Die sehen nicht, dass du jetzt noch irgendwas aufrufst oder dass vielleicht gerade irgendwas auf deinem Bildschirm aufgepoppt ist, was nicht da sein sollte. Und wenn du damit fertig bist, gehst du einfach wieder auf übertragen und schon geht es quasi weiter. Und die sehen jetzt wieder deine Maus und alles, was gesehen werden soll. Genau. Dann gucken wir mal eben weiter, was wir hier noch für Funktionen haben. Ich mache das mal kleiner. Du kannst dein Bedienpanel wirklich ganz kompakt hier hinsetzen, aber du kannst eben auch die verschiedenen Punkte sehen. Wir gehen jetzt einfach mal alles durch. Übertragung hatten wir gerade. Das ist eine interessante Funktion. Hier siehst du, wie viele Teilnehmer quasi gerade anwesend sind und wie die Aufmerksamkeitsspanne ist. Nun bin ich hier die einzige Teilnehmerin in diesem Fall. Das heißt, dass wir hier jetzt natürlich 100% Aufmerksamkeit haben. Wenn Teilnehmer den Browser wechseln, heißt dein Webinar nicht verlassen, aber den Bildschirm wechseln, dann verändert sich die Aufmerksamkeit. Das heißt, du siehst, dass vielleicht nicht mehr alle 100% bei der Sache sind. Wie viel du das jetzt bringt, sei dahingestellt, aber das kann diese Funktion. Hier siehst du auch, wie die Zeit läuft. Von den 60 anberaumten Minuten hast du schon 2, usw. verbraucht. Genau, dann gucken wir mal weiter. Das nächste sind die Teilnehmer. Das ist, glaube ich, klar. Audio. Audio ist hier jetzt im Moment stumm geschaltet, aber hier kannst du eben aussuchen, was du einschalten möchtest. Und es gibt eben Telefonanruf, kein Audio oder Computer. Das ist jetzt das integrierte Mikro zum Beispiel. Dann die Webcam. Die kann ich jetzt leider nicht einschalten, weil meine Webcam ja schon an ist. Das würde sozusagen kollidieren, wenn die Webcam zweimal was machen soll. Und dementsprechend stürzt dann das Programm ab. Das lassen wir jetzt. Grundsätzlich schaltest du natürlich deine Webcam ein, wenn du möchtest, dass deine Teilnehmer dich sehen können. Dann haben wir hier Fragen. Ein ganz interessantes Tool. Fragen sind jetzt nicht Fragen, die du stellst. Fragen sind die Fragen, die deine Teilnehmer stellen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch nur Fragen statt des Chats einstellen. Und dann werden hier die Fragen schön aufgelistet. Man sieht auch, dass es so ein bisschen sich abhebt mit weiß und grau, so dass du erkennen kannst, welche Fragen eben gestellt wurden. Und man kann hier dann auch Antworten eingeben. Und man kann auch noch einstellen, dass zum Beispiel hier die beantworteten Fragen angezeigt werden. Das Schöne ist, dass du damit natürlich ein bisschen sortiert die Fragen irgendwie alle sehen kannst. Noch schöner ist es, wenn du mit einem Moderator, Moderatorin arbeitest und die zum Beispiel hier schon mal oder die oder der hier zum Beispiel schon mal die Fragen beantwortet oder aber die Fragen aufgreift und dann in einer Präsentationspause zum Beispiel dir die Fragen zuspielt, sodass man das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten kann, die Teilnehmer mit einbindet und einfach auch direkt auf die Rückmeldung beziehungsweise Fragen eingeht. Okay. Dann gucken wir mal. Das Nächste sind die Kurzumfragen. Kurzumfragen sind die, die du vorher anlegst. Ich zeige dir einfach mal, wo wir hier schon mal drin sind. Teilnehmer einbeziehen. Hier hast du die, kann man das auch? Ja. Hier hast du die Möglichkeit, zum Beispiel all diese Geschichten schon anzulegen. Ich habe jetzt hier eine Kurzumfrage schon angelegt. Das siehst du jetzt hier auch. Wir können die Kurzumfrage auswählen. Die Kurzumfrage lautet, wie gefällt dir das Webinar? Sehr gut oder gar nicht? Vielleicht kann man das noch ein bisschen abstufen. Aber es geht ja auch nicht darum, wie man jetzt hier die Kurzumfrage ganz besonders toll gestaltet, sondern einfach nur, was das ist. Du hast natürlich auch Möglichkeiten, Kurzumfragen so zu stellen, dass sie als offene Fragen sind oder Multiple-Choice. Also nicht nur hier eine Antwort, sondern Mehrfachantwort. So kann ich das für die Teilnehmer öffnen. Ich kann das nicht selber beantworten, aber hier können die Teilnehmer dann auswählen, wie sie das Webinar finden. Und so kannst du natürlich weitere Fragen anlegen, nicht nur eine. Und dein ganzes Web-Seminar, hier ist schon wieder der Fehler drin, dein ganzes Web-Seminar natürlich interaktiver gestalten, weil du auch da die Teilnehmer wieder abholst, dir die Meinung einholst und sie auch was tun lässt und nicht einfach nur mit einem Monolog langweilst. Genau, das sind die Kurzumfragen. Dann haben wir als nächstes die Unterlagen. Hier hast du die Möglichkeit, Unterlagen bereitzustellen. Das heißt, du hast vielleicht PDFs oder irgendwelche Aufzeichnungen, Videos, was auch immer. Du kannst dir bis zu fünf Unterlagen bereitstellen und deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen können sich das Ganze dann einfach herunterladen. Damit ersparst du dir Wildes durch die Gegend geschicke. Das kann man dann einfach hier vornehmen. So, und dann haben wir last but not least den Chat. Ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen. Der Chat hat jetzt schon diese Begrüßung hier drin. Die habe ich auch vorher angelegt, so dass man die Teilnehmer schon begrüßen kann, sobald sie in dem Raum sind, aber noch nichts machen können. Können die im Chat schon mal sehen, dass sie herzlich willkommen sind. Und ja, der Chat funktioniert wie jeder andere Chat auch. Du kannst dir einfach ganz normal was reinschreiben, kannst gucken, an wen du das schicken möchtest, an alle, an den Organisator oder auch an den Organisator und Referenten. Jetzt zeige ich dir noch mal kurz, was es hiermit auf sich hat. Du kannst die Fenster lösen. Das heißt, du kannst alle Fenster mit diesem Symbol lösen und anderweitig auf deinem Desktop hier, auf deinem Bildschirm verteilen. Okay, machen wir mal wieder zu. Den brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt gucken wir noch mal schnell, was wir hier für weitere Punkte haben. Die ergänzen sich teilweise, sind also gar nicht ganz losgelöst, sind sozusagen die Schnellstarter. Hier hast du noch mal Bedienpanel ein- oder ausblenden, weil wenn du das alles nicht haben möchtest, kannst du auch dein Bedienpanel ausblenden und siehst halt nur diese Leiste. Dann das Stummschalten hatten wir eben schon besprochen und die Kamera, auch das. Hier hast du die Bildschirmübertragung. Hier kannst du auch wieder klicken. Zack, dann wird der Bildschirm nicht mehr übertragen. Jetzt wird er wieder übertragen. Hier die Pausefunktion, die ich dir eben schon erklärt habe. Dann haben wir im nächsten noch Maus und hier haben wir noch Moderator ernennen, also Maus übertragen und Moderator ernennen. Das geht natürlich nur, wenn ich auch jemanden habe, der nicht diese Rechte übertragen kann. Heißt, wir bräuchten noch ein paar Teilnehmer. Ich kann mir das selber nicht übertragen. Ich habe ja schon die Rechte. Aber wenn jetzt noch jemand da wäre, dann könnte ich zum Beispiel eine Person zum Moderator ernennen, kann diese Rechte auch wieder zurücknehmen. Aber in dem Moment, wo die Person Moderator ist, hat sie eben weitere Rechte, kann hier mehr machen. Gleiches gilt für das Übertragen der Maus. Heißt sozusagen, die Steuerung wird abgegeben. Ja, und dann haben wir hier noch zum Schluss eine ganz nette Funktion. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, den Mauszeiger zu verändern, zum Beispiel als Laserpointer. Jetzt kann ich, wenn ich hier was zeigen möchte, nochmal direkt irgendwie darauf zeigen und die Aufmerksamkeit meiner Teilnehmerinnen mitnehmen. Man sieht es halt deutlich besser als den normalen Mauszeiger. Du hast auch die Möglichkeit, jetzt muss ich mal eben, muss ich mal einmal wieder scrollen, so. Du hast auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Textmarker zu nutzen und zu sagen, das ist wichtig. Und hier, ups, bin ich abgerutscht. Zahlung hinzufügen ist wichtig und so weiter. Also du kannst Teile halt unterstreichen und du kannst auch den Stift benutzen und hier nochmal auf bestimmte Dinge eingehen. Ja, also wer zeichnen kann, ist klar im Vorteil, aber theoretisch kannst du das halt so benutzen. Kannst in deiner Präsentation Dinge nochmal unterstreichen und nochmal direkt zeigen. Und das Schöne ist, es ist jetzt nicht in der Präsentation. Es ist jetzt quasi in Ebenen, einfach eine Ebene draufgelegt und man kann mit einem Klick, zeige ich dir auch, alle Zeichnungen wieder löschen und alles sieht normal aus. Natürlich bleibt die Präsentation, wenn du sie verschickst, nachher auch ohne diese Malereien, auch wenn du das hier nicht wieder löscht. Das ist einfach nur oben drüber gelegt, sodass man eben nochmal verdeutlichen kann, was man zeigen möchte. Ja, das sind so die Hauptfunktionen. Ich rate dir immer, wenn es irgend geht, mit einem Moderator, mit einer Moderatorin zusammenzuarbeiten, weil es deutlich einfacher ist. So kannst du dich auf den Inhalt konzentrieren und jemand anders nutzt das Bedienpanel und schaltet und waltet, bespricht mit den Teilnehmern technische Fragen, sofern sie dann aufkommen, kann, wie gesagt, die Fragen sammeln und hier auch den genauen Überblick behalten, kann die Kurzumfragen ein- und ausschalten und so weiter. Wenn du das natürlich schon zigmal gemacht hast, kannst du das auch selbst. Aber gerade am Anfang ist es doch so ein bisschen verwirrend, wo ist denn jetzt was und was kann das denn und dann hat man ganz oft diese Situation mit, können sie mich schon hören, bin ich denn schon zu sehen und so weiter. Das kann man alles vermeiden, wenn man so ein bisschen routiniert damit umgeht und gerade wenn man das Ganze zu zweit vornimmt, weil die Software uns ja hier auch Rückmeldung gibt, nämlich die Übertragung wird gestartet, die Teilnehmer sind in dem und dem Zustand, hätte ich beinahe gesagt, in dem und dem Modus, heißt also zum Beispiel stumm geschaltet oder sind eben freigeschaltet und so weiter. Genau, wir gehen jetzt noch einmal hier in das Teilnehmerfenster. Hier würden jetzt alle Teilnehmer stehen und das ich noch einmal kurz zeigen möchte, hier sieht man auch die Rechte. Natürlich hast du die Möglichkeit, deine Teilnehmer auch freizuschalten. Also es ist jetzt nicht so, dass die für immer stumm bleiben müssen. Es geht nur darum, gerade wenn man in den Raum kommt, dass da nicht dieses Gewusel ist und jeder spricht oder die Hälfte der Menschen hat vergessen, das Mikro auszuschalten oder wir haben Rückkopplung und, und, und. Hier ist es ausgeschaltet und man kann natürlich das Ganze auch ändern. Ich kann alle einschalten gleichzeitig, das siehst du hier. Ich kann alle gleichzeitig ausschalten und es gibt eben auch noch die verschiedenen Rechte, die man eben in diesen Spalten sieht, die man denjenigen dann zukommen lassen kann. Gut, das war's. Jetzt liegt es nur noch an dir, das Webinar zu halten und wenn du dann fertig bist, kannst du das Ganze einfach über dem, über dieses kleine Kreuz, über diesen Button hier beenden. Wir beenden das Webinar jetzt und gehen wieder zurück. So, du hast gesehen, wie das Ganze aussieht. Du hast das Modulare gesehen. Du hast gesehen, was man alles einschalten kann mit dem Bedienpanel. Es ist anders als in anderer Software, sagte ich ja schon am Anfang. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben und konnte dir zeigen, dass diese Software sehr mächtig ist, dass du ein tolles Online-Seminar halten kannst, ein Web-Seminar. Ich hoffe, du probierst es aus. Du kannst hier auch, wie bei GoToMeeting, kannst du auch bei GoToWebinar einen 7-Tage-Trial herunterladen. Sprich, du kannst einfach, ohne die Kreditkarte zu nutzen, das Ganze einmal für dich testen und ausprobieren und vielleicht auch wirklich mit Bekannten, mit Freunden, mit Kollegen, wie auch immer, alles durchtesten. Und ja, wenn es dir gefallen hat, denk an dein Like. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Es kommen weitere Tutorials und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.